Willkommen zu einer neuen Folge TikTok Mittwoch Und damit Willkommen zu einer neuen Folge TikTok Mittwoch Hi Leute, diesen Freitag kommen drei neue Color-Hoodies rein Und danach sind auch die alten Color-Hoodies weg Also wenn ihr noch alte haben wollt, dann könnt ihr euch jetzt noch schnell bestellen Aber danach sind sie komplett raus Den blauen und den pinken und den orangenen wird es danach nicht mehr geben Das heißt, der ist dann erstmal raus Und dafür haben wir drei neue Farben Das heißt, wenn ihr noch die alten haben wollt Dann geht jetzt noch fest auf die alten Und ab Freitag gibt es dann die neuen Farben, die richtig geil sind Und warum habe ich so viele Haare auf meinem Pulli? Es sieht absolut nur widerlich aus Es ist mal wieder Zeit gewonnen, Kritiker TikToks anzugucken Guckt euch mein Vogelnest an Heute ist mein Vogelnest mal wieder GIGA am Start Guckt euch das an, das sieht einfach aus wie ein Stück Scheiße Na ja Außerdem habe ich wieder ein paar Mina im Gesicht, guckt euch das an, Alter What the fuck, Alter, warum, warum, warum Was geht hier ab, Alter? Ich bin fast 20, Digga Die Pubertät kommt jetzt erst, Digga, was ist hier los? Das ist bei jedem anders Ich fühle mich heute ein bisschen zu schlau, Leute Wir werden jetzt alle gemeinsam ein bisschen dümmer werden Let's go Mädels, was fehlt euch gerade in dem Moment? In dem Moment? Was könnte diesem Mädel in diesem Moment gerade fehlen? Eventuell eine Jacke, weil es ziemlich kalt ist Vielleicht eine Bürste, weil ihre Haare etwas herzaust sind Die bräuchte ich auch Ich bin gespannt, was ihr fehlt Alkohol Ah, Perfekt Mal gucken, was der anderen fehlt Ein Sex Perfekt, meine Freunde Genau daran habe ich natürlich auch gedacht Mal schauen, was dem dritten Mädchen fehlt Auch Sex und Alkohol Sie, ihr fehlt direkt beides Perfekt Die Jugend von heute Ich würde sagen, schrecklich Junge, was ist das wieder für ein Scheiß Naja Also, falls ihr da vielleicht noch einen Praktikumsplatz oder so habt bei diesem Job Also, ich würde mich freiwillig melden Ich würde da auch ohne Bezahlungs-Nedias-Praktikum machen Weil ich den ja auch weiterbilden würde Gerne in diesem Masseur-Job Haha Zehner Also, falls ihr irgendwie in dem Praktikum frei ist Lieber DS-Massage Also, schreibt mich an Kuss geht raus Hä? Mach zu Ok, jetzt müssen sie den Euro finden Jetzt mussten sie den Euro finden Jetzt, Digga Er ist da doch schon drin Ey, ihr w**** habt ihr jetzt zugemacht? Nein Ahaha Ihr w**** habt ihr jetzt zugemacht? Nein, 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 nein Digga, die haben nicht mal einen Euro Die haben nicht mal einen Euro Um das ausgemacht Also, wer solche Freunde hat Braucht wirklich keine Feinde mehr Oder alles, alles fake Action Ahhhh Ahhhh Tschüss Digga, diesem Typen würde ich nicht zu nahe kommen wollen Nein Oh 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 Bruder, der Typ ist doch Der lebt doch nicht mehr, oder? Sorry, aber der lebt doch nicht Der lebt doch nicht mehr Der lebt doch nicht mehr Der läuft jetzt bald als Papier Als Blatt Papier rum, weil der so dünn geworden ist Ah 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 Hör auf damit Ah Wie wird der so schnell? Ah 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 Hör auf damit Mach das nie wieder Auf der anderen Seite passiert nichts ein Was ist denn bitte? 3 Achtel und 5 Achtel Was ist Buchte? Wichtel Das reimt sich gar nicht Jetzt bin ich mal gespannt Was reimt sich auf Schachtel? Verpiss dich, du fette alte Wachtel Okay, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen Ui Was war ihr Auftrag denn jetzt gewesen, hä? Ist sie auf ihrem eigenen Getränk ausgerutscht, Digga? Ich würde dieser Frau raten, kenn dein Limit Alkohol ist schlecht Geht so gut, Digga Ah Was ist das? Was ist das? Freunde, ich bin heute einfach nur verwirrt Was ist das und warum ist da so viel drin? Warum hört sich das so geil an, wie er trinkt? Ah Oh Oh Was haben wir uns da gerade zusammen angeschaut? Was hast... Warum schaut ihr überhaupt noch zu? Warum bin ich jetzt der Komische? Ihr guckt euch das doch auch an Ich dachte, er wäre am singen, aber er war am schnarchen Junge, das ist doch nicht echt Wer schnarch denn so? Digga Das hört sich an, wie so ein Laubbläser, der nicht mehr funktioniert Ich würde sagen, dann gucken wir doch mal in meine wunderschöne Schlafaufnahmen-App rein Da habe ich auch wunderschöne Schnarchaufnahmen von mir So schnarch ich außerdem, Leute Aber meine absolute Highlightaufnahme ist immer noch die Das ist mein absolutes Highlight Ist das Cringe Okay, weiter geht's Heute Morgen in Hamburg Oh mein Gott Im Glück wurde nie mein erster verletzt Aber Bruder, what the fuck Und er denkt sich einfach nur so Bruder, muss los Ich glaube ich immer ganz doll Wenn er in meinem Rucksack noch mal ist Der sitzt da entspannt noch, Digga Der juckt das gar nicht Kennt ihr das, wenn ihr baden geht Und ihr einfach vergesst Eure Mayo aus der Tasche zu holen Weil eure Zimmerpflanze zu lange in eurem Waschbecken standen Ja man, Digga Genau das Genau die Situation Erst gestern erlebt Erst gestern gehabt Also ich will ja nichts sagen Aber es stand wirklich überall, dass es stürmen wird Sorry, aber das ist jetzt nicht das Das passendste Outfit dafür Vor allem keiner hilft dir Die lachen dir einfach raus Weiß ich ja nicht Findest du auch machen, dass es hier voll nach Los Süßer riecht in der Redaktion Das ist überall nach Los Süßer Los Süßer Was ist Los Süßer Was ist das? Was ist ein Dessen? Hm? Was ist Los Süßer? Nix immer dir Achso! What? Warte mal, hat sie mich eigentlich auch bekommen? Warte mal, habe ich das gerade auch gesagt? Was ist Los Süßer? Oh mein Gott, das ist ja der beste Anmachspruch der Welt Was? Man kann Hauspferde haben? Warum wusste ich das nicht? Und warum habe ich kein Hauspferd? Ich will ein Hauspferd haben, sofort Wir machen mit bei der Rettung der Erde Fahrrad fahren Redigfleisch und Fahr Im Strom sparen Fahrrad fahren Redigfleisch und Wald 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 Ah, den Remix habe ich sehr gefühlt Puh, ich habe aus dem letzten auch meine ersten Remix gemacht Ich kann euch den mal kurz zeigen Ok, reicht auch wieder Ok, weiter gehts 1 Komm noch einer 2 Das schaffst du noch mehr Komm noch weiter, Mann Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ihr müsst da runter einmal, bitte Wie entspannt der ist Sie müssten einmal Einmal da runter, bitte WTF Entschuldigung Kennen wir uns? Wie bitte? Kennen wir uns? Nein Du hast du mich vorstellen? Ja Danke Ah So, die kommen am Ende gerade Horror-Krise Oh nein Das ist noch hinten los Der Arme Oh mein Gott Hä? 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 Ist das Mogli? Das ist einfach Mogli in echt Oh nein Nein Oh mein Gott Es ist nur der Schuppen Es ist nur der Schuppen Es ist nur der Schuppen Und die kompletten Häuser Der komplette Garten Es ist nur der Schuppen Alter mein Beileid ohne Spaß Angela zweimal Klack klack Jawohl Ach du Scheiße Was ist das denn? Wo ist die freche Angie, Alter? Na, sonst immer dicke Klappe, ne? Was ist das? Hä, wie cool, ich will so ein Ding auch haben Was ist das? Wie cool? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Oh Meine Humor ist kaputt Meine Humor ist kaputt Dass ich immer so eine Scheiße lache Oh man Damals Damals hat man noch so über normale Sachen gelacht Heutzutage Oh, fliegende Tonnen So sehen Tiere aus mit Down-Syndrom Oh, wie süß Oh, bitte Jetzt kann ich mehr, Leute Ey, wirklich Ende, Ende Freunde, das war's von der Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Lasst ein Abo da Wir sehen uns, haut rein und tschau Die Sommerzeit Es wird zu schnell vorbei Und ich frag mich Why, why, why Sind wir nicht immer so frei Die niemals taunen Wir sind so high